Ja hallo, hier bin ich wieder, euer Bancake28, weiter geht's mit Total War Warhammer 2 und der Beastman Challenge und ich könnte schreien, schreien und brüllen. Es ist passiert, was passieren musste. Ich habe es tatsächlich geschafft, unbeabsichtigt Spielstände von mir zu löschen. Als ich versucht habe, ein paar, ja, wie soll ich sagen, ein paar Altblasten loszuwerden bei mir auf dem Rechner und da war ich an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz achtsam und habe es echt geschafft. Leider Gottes, also ich bin so doof, ja, ich glaube es sind drei Runden, nicht ganz oder zwei Runden, die uns jetzt verloren gegangen sind, komplett, leider. Ähm, das ist maximale Ärgernis, auch für mich, ja, weil eigentlich wollte ich ja jetzt weiterspielen schon wieder, ja, und euch entsprechendes bieten, was ich jetzt nicht kann, ähm, wieder, ja, ich muss jetzt wieder die ganze Sache zurückführen, wie wir es gehabt haben, ungefähr. Ähm, ja, das ist so super, super ärgerlich. Den lasse ich dann einfach jetzt mal von der KI steuern, das ist mir dann auch wurscht. Oh, das ist, das ist so... Also, für alle, die, ja, mir gerne folgen hier und auch dieses Let's Play verfolgen, es kann sein, dass ihr halt, ähm, jetzt diese Folgen überspringt oder so und euch das nicht nochmal anguckt, was wir ja eigentlich eh schon gemacht haben. Ähm, das verstehe ich dann, Leute, ne, das ist ja wohl selbstverständlich klar, dass ihr das jetzt machen könnt, ähm, ich gucke, dass ich das jetzt zügig runterspiele, ja, also jetzt wirklich in dem Pro-Mode, sage ich jetzt mal, ohne irgendwelche Sachen zu präsentieren oder so. Großartig, also es wird jetzt hier nicht, ähm, keine Ahnung, die super-Mega-Aufstellung gesucht und weiß der Geier was, sondern wir, wir, wir krachen da jetzt einfach mal schön, äh, rein, so wie sich das gehört, äh, für uns auch. Und, äh, schauen wir mal an, was wir hier anrichten können. Die Sperrträger brauche ich oben auf den Mauer nicht. Die gehen jetzt schon mal vor hier. Ja, so vor. Dann die Minotauren vor ans Tor, vor ans Tor und vor. Die Jungs auch vor. Ja, die nehmen jetzt halt voll die Minotauren aufs Korn, leider. Versuchen die rauszufokussen, ihr gutes Recht. Ach, Mensch, das ärgert mich halt, weil ich das alles schon gemacht hatte, es war alles schon fertig. Ach, Mensch! Ach, Mensch, was du? Ach, Mensch! Ne, nicht schon wieder, bitte. Ne, nicht schon wieder, bitte. Ne, nicht schon wieder, bitte. Ne, nicht schon wieder. 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 Und dieser Horde gebe ich dem Befehl, hier anzugreifen. So, wir haben noch 110 möglich. Und dann machen wir das dann noch. Ich bin halt ziemlich nah am Elfenreich dran, das gefällt mir halt gar nicht. Die Elfen sind ein absolutes Problem. Denn die Elfen haben unfassbar großen Fernkampf, unfassbare Fernkampfstärke. Keine Zeit für Grünhaut, was ist denn jetzt schon wieder? Ich soll denen ein Geschenk machen von 850. Ich bin bereit, das anzunehmen. Hä, was hast du denn jetzt gemacht beim Kick? Ich unterstütze die. Krieg? Ich möchte... Ne. Wieso sollte ich dir ein Geschenk machen? Rortenwachstum nehmen wir jetzt hier an der Stelle. Das bauen wir auf jeden Fall aus. Und hier kann man einen Zieger beschweren und das hätte ich auch gerne. So. Dann. Jetzt noch drei Runden. Jetzt noch drei Runden. Jetzt noch drei Runden. Jetzt noch drei Runden. After die Runden. Dann. Das war der Faktor Kuhn! AXHO! Hm? Wollt noch ein Geschenk? Mach ich. Ui. Jetzt weiß ich, was sie haben. Das ist mir zu heiß, die Nummer. Das ist mir zu heiß. Paravon hat ganz schön viele Truppen. Du verbringst mich. Boah, das könnte echt unser Genickbruch sein, wenn wir das machen. Gerade weil wir jetzt halt noch nicht heilen. Das ist das große Problem. Unsere Einheiten werden nicht verstärkt. Noch zwei Runden lang, wo wir uns nicht verstärken können. Das ist das große Problem. Ich bin fast bei mir. Ziellos wandern unsere Herden umher. Es läuft jetzt natürlich ganz anders als beim letzten Mal, als wir uns auch mit den Orks geprügelt hatten. Ist mir sogar eigentlich ganz recht, dass es jetzt so läuft. Das macht es uns ein bisschen leichter, das Spiel. Ich ziehe mich aber auf ein paar Ravons zurück. Das ist mir zu heiß, die Nummer. Wirklich viel zu heiß. Das möchte ich nicht. Ich glaube, die Orks haben jetzt gerade eine Eroberung gemacht. Ja, Quellenes, sehr gut. Ich gebe diesen Orks hier übrigens mein Geld, weil die KI oft sehr viel mehr mit dem gleichen Geld machen kann wie ich selbst. Und diesbezüglich ist meine Entscheidung dahingehend. So, jetzt muss ich mal schauen. Wenn ich jetzt hier rübergehe, hat er noch 7%. Wenn ich jetzt hier über den Fluss drübergehe, hat er noch 53%. Wenn ich hier in dem Fluss entlang laufe, bis hier hin. Das ist Imperium. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weg hier. So, jetzt ist sonst. Was? So weit kommt er. Boah, wir sind aber schon stark geschwächt. Wir sind schon sehr stark geschwächt. Und der Imperator ist hier unten. Was macht denn der hier bitte? Wenn ich jetzt mich zurückziehe, na geil, ich versuche es trotzdem. Ich meine, der ist schon weit gelaufen. Oh Gott, wie viele Armeen haben die denn da unten? Was macht denn das Imperium denn jetzt hier bitte? Das möge mir bitte mal einer erklären. Ja, mit so viel Imperiumsarmeen brauche ich mich jetzt nicht anlegen. Ja, jetzt heilen wir. Ja, jetzt kommt es mal ein bisschen zu spät. In Bestienpfad kommen wir weg. Aber auch nicht unendlich weit. Wir müssen in den Bestienpfad gehen. Das hat gar keinen Wert sonst. Weg sie mal. Hoffentlich kommen sie uns da nicht hinterher. Doch. Meine Herren, das ist ja übel, dass das Imperium hier jetzt plötzlich auftaucht. Boah, ich glaube, wir können das nicht gewinnen, Leute. Ich glaube, wir schaffen diese Herausforderung nicht mehr mittlerweile. Also jetzt ist so der Moment gekommen, wo ich sage, okay, das war es. Weil wenn die jetzt auf uns Jagd machen und gegen uns kämpfen, hier unten mit zwei Armeen, dann ist Schluss. Ja, tatsächlich, der jagt uns. Klar, muss ich kämpfen, könnte das Ende des Spiels sein. Das ist ja mal voll krank, Leute. Also ich meine, okay, klar, das passt einfach nicht. Also es ist sehr schwer hin oder her. Aber dass das Imperium hier unten jetzt auftaucht, um gegen mich direkt zu kämpfen, es entzieht sich jeglicher Logik. I'm sorry, aber das ist kompletter Müll. So lodge! Taxi! No worker! Slow at us! Taxi! Carat our own! Ah. Ah. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist Nonsens. Das ergibt keinen... Das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn, Leute. Null. Das ist Nonsens. Oh, jetzt kommt sie auch noch von hinten, ey. Krank, krank, krank. Krank. Krilak. Krilak. Engel. Krilak. Krilak. Das ist over and out, ne? xD Tja. Gut, wir haben jetzt mal den Imperator zumindest mal in die Flucht geschlagen, aber der feindliche Kommandant ist verwundet. Das klingt ja auch schon mal gut. Es gibt natürlich ein Moral-Minus für die Gegner. Aber ich weiß nicht, was wir hier noch ausrichten sollen. Ich habe keine Ahnung. Das sind einfach zu viele. Ich versuche natürlich jetzt nochmal alles reinzuwerfen, was ich habe. Klar. Und dort irgendwie einen Sieg zu erringen, wo es noch irgendwie geht. Aber. Das war's. Also wenn die mir jetzt noch gewinnen, dann ist es der Tapferkeit unserer Soldaten zu verdanken. Und dann dürfen wir nicht vergessen, da ist noch eine zweite Armee, die nur drauf wartet. Auf geht's. Queen! Angle! Akashak! Feis Shais! Beastmen! Shais! Zewer! Andorz! Heia! Brayhead! Dalkar! Tja. Hehehe. Hehehe. Keine Chance, Leute. Keine Chance. Ich bin beeindruckt, ob der... ob des Kampfeswillens und unserer Einheiten... Keine Frage. Aber es fallen schon sehr viele jetzt fliehen, ziehen sich zurück, linke Flanke zusammengebrochen, rechte Flanke zusammengefrochen, Zentrum zusammengebrochen. Ich glaube, den Rest der Geschichte brauche ich euch nicht zu erzählen. Da ist dann auch gleich der Amilos da. Und... ich kann sein, dass das Spiel jetzt an der Stelle verloren ist. Und dann wird tatsächlich... aus dem liegen Kerl... von einem Eugigen tatsächlich dann zum Blauäugigen... Bleh. Unsere Fernkämpfer stecken hier Nahkämpfen fest. Kann sein, dass ich die eine Truppe hier auch komplett vergessen habe. Was natürlich dann mega fatal ist für so einen Kampf. Die schaffen es nicht mal, diese Schwertkämpfe hier niederzuringen. Gott, sind die tapfer, echt, ey. Also ich habe schon viel bei Beastmen erlebt, aber dass die jetzt nicht hier alle wegrennen... Das wundert mich. ... Hm? Hm. Autsch. Autsch. Und nochmals, ouch. Wir leben noch. Wir leben noch. Ich sage nicht, da kann er noch nachsetzen. Also irgendwie, das ist dann schon ein bisschen irre, wenn das jetzt noch geht. Jack, tot, leider, verstorben in den Feldern von Bordelot. Ich sage nicht, da kann er nicht mehr, wenn das jetzt noch geht. Nui Korlev Akshol Junkufatralu Ist das gemein, ey. Ist das gemein. Wir haben echt das Imperium im Nacken. Aber gut, ich habe es jetzt nicht mehr gesehen. Ich versuche mich jetzt weiter zu verstecken, weiter wegzulaufen. Stänkereien haben wir natürlich auch noch, aufgrund der Niederlagen zu erdulden. Ja, nichts mehr Horden am Wachstum. Wir brauchen jetzt die Verstärkung. Und zwar dringend. Das ist natürlich auch gut. Gut, aber... Oh Mann, ey. Ich brauche irgendwas, mit dem ich mir anrichten kann. Doch dann... Gehen wir jetzt hier... ...auf die Minotaurin. Und nehmen dann nochmal das Hordenwachstum mit. Als Technologie natürlich. Hm. Sind wir dem Imperium entkommen? Das wäre ja sehr schön. Gut, die Stänkerei ist, glaube ich, jetzt vorbei. Wir können uns jetzt weiter heilen. Die Gebäude sind immer noch nicht fertig, die ich bauen wollte. Das ist ja sehr. 不是 immer noch der Fall ist, glaube ich. tja da habe ich den ersten großen schnitzer gebaut würde ich mal behaupten und zwar habe ich unterschätzt dass das vorrückende norden auch große gefahren birgt man nähert sich dann doch dem imperium aber es ist halt wirklich nicht normal es ist wahrlich nicht normal so zum zwei gute gebäude gebaut finde ich super also wir haben jetzt hier zum einen die gruben hütte zum anderen haben wir jetzt hier ein die feuergrube für die minutauren ja ja hat auch noch mal ein level ab hier dann machen wir das ganze hier noch mal ein bisschen günstiger wenn mich alles täuscht und länger haltbar so wir ziehen weiter und zwar ziehen wir und dort werden wir jetzt minutauren ausbilden obwohl wir das kurz anders machen ich obwohl doch nehmen und so um unsere schlagkraft zu erhöhen müssen wir sie haben die wollen alle geschenke von mir alle wollen sie geschenk aber nämlich an brauche ich nicht noch fünf runden bis die wieder zurück sind okay ja zwei runden rumstehen willkommen im hordenspiel nein nein Boah, hat Grimwog ausgerufen. Noch ein Krieg. Ein Krieg gegen Waldelfen. Das mögen wir gar nicht. Chaos-Kopulation plus 5 und Hornwachstum sinkt. Gesammelte Gunst, die Krieger verschonen. Wie auch immer die waren. So, okay. Ich habe jetzt wieder auf 16 Mann gewachsen. Okay, 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 okay. Dann. Koron. Marienburg. Viel zu mächtig. Viel zu mächtig, Leute. Okay, was kosten die im Unterhalt? 100. Das heißt, ich kann noch mal zwei Einheiten schon machen. Die Gegner werden Kavallerie-lastiger. 24. Und dann noch die Elite-Einheit und dann steht die Armee. Ein Verstecken und ein Rumgeschacher hier. Das sage ich euch. Der Krieg zwischen Marienburg und Rakat, der tobt. Ja, ich hatte ja, wie gesagt, Rakat abgebrochen, weil es wirklich, ähm, ja, ein bisschen No-Brainer war. Nur noch mit den Monstern hin und her. Ja, Dunkel-Elfen sind auch nicht unbedingt das, was mich jetzt so mega begeistert, äh, an dem Spiel. Das gebe ich einfach zu. So, gegen Marienburg werden wir natürlich nicht zu Felde ziehen. Ich bin ja nicht ganz gaga, nur ein bisschen. So, dann gehen wir mal hier hin. Unserer Streitmacht ist so mächtig wie noch nie zuvor, aber das bringt mir jetzt auch nicht wirklich was. Ne? Weil mit so mächtigen wie Marienburg kann ich mich in der Phase nicht anlegen. Aber ich kann auch ein bisschen Kunst sammeln, indem ich plündere, ein bisschen bestialischen Zorn ansammeln. Das geht natürlich immer. Ich habe einen ganz speziellen Plan mit ihm. Jetzt, wie es weitergeht. Mal schauen, ob der aufgeht. Ich werde euch natürlich auch jetzt dran teilhaben lassen. So. Oder ich versuche euch dran teilzuhaben zu lassen. Das Spiel hat mich in den Norden gedrängt. So viel steht fest. Ähm, und entsprechend dieser Tatsache versuche ich jetzt, ähm, zu agieren, ja. Ich werde jetzt natürlich nicht versuchen, gleich mich mit mächtigen Superreichen anzulegen. Das ist ein bisschen Hanebüchen. Deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig. Und rücke jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Lande, wie ihr sehen könnt. Bestienpfade benutzt, um unter dem Fluss drunter durchzugehen, ja. Und versuche jetzt an der Stelle einen neuen Weg zu wählen, ja. Neue Ziele auszukundschaften für uns, ähm, die lohnender sind. Kleinere Gegner, die nicht so einfach, ja, an denen wir uns ein bisschen hochleveln können. Wir haben den anfanglichen Hochleveln eigentlich maximal genutzt. Und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass wir, äh, überhaupt überlebt haben. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich froh, dass wir überlebt haben. Aranau vernichtet. Grossell, ein gutes Ziel, oder nicht, zum Plündern. Fünf Mann haben die dort. Elf Mann. Da könnten wir eigentlich ein bisschen was holen. Da könnten wir ein bisschen was holen, würde ich sagen. Äh, ich sag mal so, Leute, ne. Ähm, 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 oben Aranau ist vernichtet. Okay, das sieht man. Da haben die, ähm, Norskarianer einen ihrer Schreine errichtet. Ähm, da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt vorgehe an der Stelle. Also Marienburg, die den Hauptstreit macht, anzulegen, ist natürlich übel. Ich muss aber irgendwann auch mal wieder was plündern und ein bisschen Brand schatzen. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Und da sollten wir uns überlegen, ob wir das tun oder nicht hier in Grossell. Das ist eine wichtige Entscheidung. Auf der anderen Seite liegt da oben das Mittenland wahrscheinlich auch so ein bisschen brach. Und könnten dem Imperium dort eins reinwirken und lassen sie in Ruhe. Ich glaube sogar, dass ich mich für das in Ruhe lassen entscheide. Ob das jetzt so gut war, das weiß ich nicht. Denn Marienburg ist nicht zwingend der Freund. Ähm, wow, mit denen bin ich auch noch direkt im Krieg. Aber die könnte ich ja schlagen, diese Armee. Diese Armee könnte ich schlagen. Dann gehe ich aber ins Lager, weil ich dann getarnt bin. Ein getarntes Lager ist das. Schliereck. Hmm. Ja, wenn ich nur mal parke, sind die natürlich zornig. Die wollen dann immer irgendwann ihren Zorn auch mal vom Zaun lassen. Boah, ey Leute, ist das bockhart mit denen. Boah, das ist echt anstrengend, wirklich. Also richtig anstrengend, sage ich euch. Der Anfang hat Spaß gemacht und wir sind jetzt in Runde 38 und Halleluja, wir leben noch. Ja, wir sind mittlerweile wo ganz anders, wenn man sich das mal anschaut. Die Wanderung der Herde, die hat ja mal wirklich ganz, 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 ganz da unten begonnen. Haben jetzt wirklich es geschafft, uns hier lang zu bewegen. Sind hier hoch, hier weiter hoch, es ist ja unfassbar, bis dort oben hin. Und ich muss sagen, das war eine lange Reise und wir können froh sein, dass wir diesen Überraschungsangriff des Imperiums, also dass wir da gerade noch so von der Klinge gesprungen sind. Wir haben zwar verloren, aber wir leben noch und wir haben eine schlagfertige Truppe, würde ich sagen, die immerhin überleben kann und kleine Siedlungen ausrauben kann. Wer können wir da nicht machen? Wir können uns nicht mit den großen Armeen immer anlegen, das geht nicht. Und ja, hier ist eh schon ein Kriegsgegner, der vielleicht nur darauf wartet, dass ich ihn endlich mal angreife. Wurde Zeit, dass ich mal hierher komme. Vielleicht ist das der richtige Gegner für mich, wo ich mich noch ein bisschen leveln kann. Und ja, wir müssen halt eben mal wieder darauf aufpassen. Wir sind mit so vielen Fraktionen von Anfang an im Krieg. Und wir haben auch noch ein paar Kriege erklärt. Sei es nun drum, Freunde finden wir hier draußen halt gar nicht. Könnt ihr vergessen. Es gibt so ein paar, die uns so ein bisschen mögen. Wenn man dann da reinguckt, dann kann man mit denen nichts machen. Die einzige Unterstützung, die ich diesen Einheiten, also diesen Völkern zukommen lassen kann, ist halt eben mit Geld. Und dass die daraus was machen, ja. Das ist das Einzige, was geht, ja. Das, mehr ist nicht möglich. Schaut mal hier, Quelle Ness, ne. Besetzt vom Imperium. Es ist total witzig. Hier vermute ich mal, dass Clan Squire sich komplett festgesetzt hat. Das denke ich mal stark, dass die dort sind. Und, naja. Nun, es sei drum. Die Folge hat schon wieder eine ganz schöne Länge bekommen. Ich bin echt happy noch zu leben. Und ich grüble. Und ich muss viel grübeln, wie wir da überhaupt noch irgendwie, ja, auf irgendeine Art und Weise, ja, mehr Schlagkraft erzeugen können, ne. Da sind viele Fragen in meinem Kopf, wie das gehen soll. Mit diesen, mit diesen, mit diesen Bäschen einfach diese Missionsziele zu erreichen, die ja nicht gerade wenig sind. Gut. Ihr seht schon, wir haben schon einiges geschafft. Gewinnt die Schlacht, der Fall der Menschheit. Wir müssen halt wirklich noch vernichten, ja. Und, ähm, ja, darunter sind Zwerge, ja. Das ist voll heftig, die Zwerge zu vernichten, das Reikland zu vernichten, ja. Boah, ich sag's euch. Nur, wenn die rein konföderiert sind und dann haken dahinter ins, muss man sich nicht unbedingt freuen, dass schon einiges raus ist. Das heißt nur, dass dann andere schon viel mächtiger sind und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.